Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 8. Mai 2018? Heute haben wir ein karmischer Halbmond. Ein Halbmond ist immer eine Spannung. Sonne und Mond, die beiden Lichter stehen in Spannung. Und das fühlen wir auch, weil das beeinflusst unserem Leben, das beeinflusst unseren Gefühlen auch. Sonne befindet sich im Stier. Mond in Tierkreis zeichnen Wassermann. Stier gehört zum Erde-Element, Wassermann gehört zum Luft-Element und Erde-Luft stehen in Spannung. Für die Erde ist es zu viel Luft. Das ist fast stürmisch und das trocknet die Erde aus. Umgekehrt ist auch unangenehm, weil für die Luft ist es zu viel Erde. Das bedrückt etwas. Man bekommt keine Luft mehr. Und so fühlen wir auch im heutigen Tag. Aber es gibt immer einen Ausgleich. Und wir suchen diesen Ausgleich und wir finden das in Feuerelement. Dazu gehört Löwe, Schütze und Wider. Und diese Energie oder am allgemeinen im Feuerelement liegt auch die Lösung. Und nicht nur das vermittelt, sondern auch die Göttin der ewigen Feuer, der Hüter des Lichter in ihrem Tempel. Die Göttin Vesta bleibt heute stehen in Tierkreis zeichnen Schütze. Und dazu noch die Tierkreis zeichnen Schütze gehört zum Feuerelement. Diesem kleinen Planet Vesta ist heute in Stillstand, bleibt stehen. Und diesem kleinen Planet, diese Vesta ist die Göttin des Heiligen Feuer und hütet das ewig brennendes Licht in ihrem Tempel. Diese Göttin wurde bei Griechen, aber auch bei Römern sehr verehrt. Und diese Göttin ist der Hüter der Heim, unserem Zuhause und des Familienleben. Also wichtig ist in die Richtung schauen, Feuer, Feuerelement. All das, was uns begeistert, wo wir Feuer und Flamme sind, mutig zu sein und das zu beginnen, das zum Starten. So können wir uns entwickeln und so erweitern wir unsere Möglichkeiten. Heute ist der Tag der Umbruch. Aber vor diese Veränderungen kommen und wirklich wir starten etwas Neues, was uns begeistert mit diesem Feuerelement. Sollen wir noch in die Tiefe schauen, weil es kommt vieles, vieles hoch und es sind auch karmische Themen. Mond bewegt sich in der Krei zeichnen Wassermann und erreicht diesen Punkt, wo die absteigende Mondknoten ist und das zeigt alten karmischen Themen. Also kommen diese Erinnerungen gerade hoch. Und es ist nicht nur bei Wassermann geboren, sondern die Mondenergie, die Mondeinflusst, beeinflusst unserem Leben, wirkt auf uns alle. Und ich möchte empfehlen heute die Halb-Edelstein-Obsidian. Dieser Halb-Edelstein-Obsidian hilft dabei, diese Erinnerungen wahrnehmen, stärkt unsere Wahrnehmung, bietet auch Lösungen an, befreit uns von negativen Energien, befreit uns von Ängsten. Das ist auch diese Wandlung, wo uns dieser Halb-Edelstein begleitet, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir Vergangenheit abschließen können, dass wir zum Sicherheit und Stabilität kommen. Wir sollen einmal im Monat diese Halb-Edelstein-Obsidian mit lauwarmes, fließendem Wasser entladen und mit Sonnenkraft, mit Sonnenenergie aufladen. Zusätzlich können wir mit Bergkristall auch aufladen. Das stärkt die Energie. Und immer mit Mond, mit Mondeinfluss arbeiten und die heutige Mondkraft natürlich hilft dabei, dass hier alten karmischen Themen aufkommen, dass wir das nochmal anschauen und dass wir diese Erinnerungen haben. Und welche Einflüsse kommen noch? Die Richtung, wo wir schauen, das ist die Feuerelement und besonders die Tierkreis zeichnen Löwe. Heute haben wir karmischen Themen. Mond steht im Karma und natürlich, das ist nicht nur alte Karma, sondern neue karmische Lernaufgabe. Und die Richtung zeigt die Tierkreis zeichnen Löwe, gibt uns auch die Ausgleich, weil gehört zum Feuerelement. Und so kommen wir dem inneren Gleichgewicht. Das ist auch die Selbstfindung oder neue Aufgabe zu finden, was uns begeistert. Und das unterstützt natürlich die Wiederenergie, die Mut und Kraft gibt zu diesen Veränderungen und auch die Schütze, wo auch dieses heilige Feuer, dieses Ritual vermittelt. Die Schütze hat auch einen Bezug zum Gottverbundenheit und erweitert unseren Horizont. Und so kommen wir im Gleichgewicht. Und diese Richtung, diese karmische Aufgabe oder diese neue Richtung, wo wir hinschauen sollen und auch gehen sollen in Tierkreis zeichnen Löwe, wird von einem Stamm bestrahlt. Und diesem Stamm heißt Algenubi und befindet sich in Tierkreis zeichnen Löwe, hat einen starken Einfluss. Und das ist der Kopf der Löwe, also das symbolisiert natürlich die Verstand, die Gedanken und zeigt in südlichen Himmelsrichtung. Vielleicht hat das bei einer oder anderen auch eine Bedeutung, Richtung Süden schauen. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreis zeichnen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreis zeichnen Stier in Osthorizont auf. Natürlich bedeutet für die Stiergeborenen ein Aufstieg, etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren oder suche nach die Wahrheit oder möchten sie Klarheit und Orientierung und natürlich auch wahrgenommen werden, sehen und gesehen werden. Aber durch den Mondeinfluss kommt natürlich eine gewisse Spannung da und das spüren die Stiergeborenen innerlich, innere Nervosität oder Unsicherheit. Und die Lösung ist in eine andere Richtung schauen, ein Wechsel, eine Wandlung, die Richtung, was uns begeistert, wo wir mit Feuer und Flamme dabei sind und so finden wir die Gleichgewicht. Da haben wir wieder die Begeisterung und das gilt natürlich auch für die Stiergeborenen. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, spüren auch diese Nervosität in Umgebung, trifft nicht direkt die Zwillingsgeborenen. Sie haben eine schöne Venusenergie und es ist auch spürbar Glück in die Liebepartnerschaft und mehr Leichtigkeit. Diese Spannung, es ist nicht, was die Zwillingsgeborenen so direkt trifft, sondern die Zwillingsgeborenen natürlich finden gleich die Gleichgewicht und sind von etwas begeistert und haben einen schönen Venus-Einfluss. Und natürlich, das ist in erster Linie Liebe, Partnerschaft, aber auch Kreativität oder sie verschönern etwas und so kommen die Zwillingsgeborenen in inneren Harmonie. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, möchten auch wahrgenommen werden und sie achten auch die Werte, Wertschätzungen. Aber heute ist spürbar die inneren Unsicherheit. Diese Nervosität ist natürlich bei den Krebsgeborenen sehr spürbar, weil da sind die Krebsgeborenen sehr empfindlich. Sie spüren sehr intensiv die Mondenergie. Immerhin, Mond herrscht über die Tierkreis zeichnen Krebs. Sie haben immer eine sehr innige Verbindung zu der Mondwirkung und heute ist diese Spannung da, auch diese Nervosität. Aber das geht vorbei und wenn Mond übergeht in Tierkreis zeichnen Fischen, dann beruhigt sich das alles und kommt wieder alles im Fluss. Gespräche sollen die Krebsgeborenen meiden. Kein Vertrag unterschreiben, besonders wenn es um Finanzen geht. Das ist Spannung da, es kann auch zu Verlust führen und lieber abwarten, bis die Energie etwas verbessert ist. Und wenn diese Nervosität heute spürbar ist, es ist gut möglich, dann ein bisschen Geduld, eher zurückhaltend sein, nachdenken, was begeistert. Und erst dann starten, wenn Mond übergeht in Tierkreis zeichnen Fischen. Dann kommt das alles im Fluss. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen, helfen bei diesem Ausgleich. Sie verkörpern die Energie, was uns heute wirklich diesen Ausgleich gibt. Vielleicht können für andere sich einsetzen, für andere da zu sein, Unterstützung zu geben, Wegweiser zu sein. Und das sind heute die Löwengeborenen, die sind gerade die Lösung, die sind gerade die Wegweiser. Und das ist auch wichtig für die Löwengeborenen natürlich auch, weil hier bewegt sich die karmischen Knoten, zwar die Aufsteigende. Und das sind die neuen Aufgaben, die karmischen Weg, die Neuland, was man entdecken sollte. Und da haben die Löwengeborenen natürlich auch viel Aufgabe, die Berufung zu suchen oder die wirklich wahre Liebe zu suchen und nicht nur suchen, sondern auch finden. Das ist so wichtig, den Platz einzunehmen in ihrem Leben und so fühlen sie sich ihren Selbst. Das ist auch die Selbstfindung, die Selbstverwirklichung. Aber es ist wichtig, nicht nur die Gedanken, so wie Algenubi heute vermittelt, das Kopf, die Gedanken, über etwas Gedanken zu machen, sondern auch das Herz. Das Herz, was begeistert uns gerade, diese Feuerelemente zu spüren. Die Tirk, seit einer Jungfrau geboren, verspüren auch die Begeisterung und die schöpferische Kraft. Immerhin, diese Feuerenergie ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Weil daran liegt die Begeisterung, daran liegt auch die Bewegung. Aber eine gewisse Unsicherheit, spürbar bei der Jungfrau Geborenen. Eher verinnerlichen das, was die begeistert. Oder noch in die Tiefe schauen, wo man sie loslassen soll, verabschieden. Und dann warten lieber, bis der Mond übergeht in Tirk, seit einer Fischen. Weil da kommen Einflüsse von außen, das spiegelt etwas, das Leben kann man besser einordnen. Und dann können sie die Jungfrau Geborenen besser orientieren, was sie beginnen sollen. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen, verspüren die Leidigkeit, diese Nervosität. Spüren vielleicht ein bisschen oder in Umgebung. Aber das trifft nicht direkt die Wagengeborenen. Sondern ich würde sagen, die Wagengeborenen haben gerade Glück in die Liebepartnerschaft. Langsam kommen auch Möglichkeiten, auch beruflich. Weil das wäre auch gut, eine Lösung in beruflichen Problemen. All das, was die Wagengeborenen gerade beengt, in beruflichen Situationen. Jetzt öffnen sich neue Möglichkeiten. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen, verspüren auch diese Spannung heute. Und sie haben das Gefühl, sie verlieren gerade die sicheren Boden unter den Füßen. Die Sicherheit und Stabilität. Ein bisschen Geduld noch, weil die Lösung bietet die Zeit. Und die kommenden Tage sieht das ganz anders aus und kommt alles in Bewegung. Dann beruhigt sich das alles. Heute eher zurückhaltend sein, vielleicht nachdenklich sein. Was liegt im Herzen? Was begeistert? Wo, in welchem Bereich sind sie Feuer und Flamme? Ist das die Liebe oder die Berufung oder ein Hobby oder ein Buch zu lesen? Wie auch immer, diese Begeisterung danach zu denken. Aber noch nicht handeln, das erst mal verinnerlichen. Und dann, wenn Mond übergeht in Tierkreis seinen Fische, dann kommt auch die Lösung. Dann wird es auch gefunden oder öffnet sich etwas Neues. Heute ist es schwierig, sich zu einsetzen, weil es sind Einschränkungen da. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen, unterstützen die Energie, sorgen für Gleichgewicht. Natürlich, die Schützengeborenen haben Ideale. Und das ist die Horizonterweiterung, die Möglichkeiten. Und hier ist die Tempel des heiligen Feuers. Und das ist natürlich für Rituale wunderbar. Und das ist gerade die Schütze-Energie. Hier befindet sich die Göttin des ewigen Feuers. Und heute bleibt stehen. Bleibt stehen, zeigt uns etwas. Und das wirkt natürlich sehr intensiv zu dem Schützengeborenen. Diese große Reise machen. Aber diese inneren Reise, diese ewigen Feuer, dieses Licht in unserem Inneren zu spüren. Und natürlich, das sind spirituelle Themen. Und da können sie sich, die Schützengeborenen, sich verwirklichen. Aber diese Göttin Vesta ist auch die Göttin, das Heim. Also ein Heim zu gründen oder eine Familie zu gründen oder die Familie zu beschützen. Das sind auch Themen. Und von Schützengeborenen kommt natürlich die Unterstützung. Die Dirkkeit zeichnen Steinbockgeborenen, verspüren eine gewisse Leidigkeit. Es sind auch Verbesserungen. Da kommen neue Ideen und neue Möglichkeiten. Die Gespräche vielleicht vermeiden. Da kommen so Missverständnisse. Man kann nicht die anderen gleich überzeugen von ihren Vorhaben. Aber sie sollen selbst die Entscheidung treffen. All das, was begeistert die Steinbockgeborenen, all das, was im Herzen liegt, das sollen die verwirklichen. Und das als Ziel setzen. Und das können sie sehr gut, die Steinbockgeborenen. Die Dirkkeit zeichnen Wassermanngeborenen. Natürlich verspüren diese Spannung etwas bedrückt. Diese Erde ist zu viel. Die Wassermanngeborenen haben das Gefühl, sie bekommen keine Luft gerade. Und jetzt kommen Themen hoch von Vergangenheit. Und diese Vergangenheit sind auch karmische Themen, karmische Erinnerungen. Vielleicht das mal anschauen. Auch wenn das weh tut. Mal für einen Moment Aufmerksamkeit lenken, anschauen und eine Lösung finden, davon zu befreien. Und natürlich, das sind die Prozesse gerade bei den Wassermanngeborenen. Und dann geht das vorbei. Und dann können sie endlich aufatmen. Und kommt auch die Glück in die Liebe, Partnerschaft. Auch schöne, angenehme Gespräche. Und wieder ein Aufstieg beruflich. Die Dirkkeit zeichnen Fischengeborenen. Kommt erst in die kommenden Tagen etwas in Bewegung. Aber diese Begeisterung ist auch spürbar. Und die Fischengeborenen sollen intuitiv handeln. Und nicht nur in eigenem Leben, sondern diese spirituelle Kraft, diese Intuition auch für anderen einsetzen, helfen, zuhören, eine Lösung binden. Und so kommt das alles in Bewegung, alles im Fluss. Die Dirkkeit zeichnen Wiedergeborenen, vertreten auch die Feuerelemente und heute brauchen wir die Feuerelemente. Und die Wiedergeborenen wissen, wie das geht für einen Neuanfang. Die Wiedergeborenen haben die Mut dazu und die Kraft dazu, etwas Neues zu beginnen. Weil hier sind nicht die Ängste bei Neubeginn, sondern die Begeisterung für einen Wiedergeborenen ist ein Neuanfang, ein großer Abenteuer. Und natürlich können wir das auch zeigen für anderen, eine Idee oder Unterstützung geben. Heute ist die Feuerelemente sehr, sehr wichtig. Und die Wiedergeborenen ist nicht nur dieser Neuanfang oder für andere das zu vermitteln, sondern die Wiedergeborenen sind gerade dabei, auch mal nach innen zu schauen. Und hier kommen auch alte Themen wieder hoch. Und es ist wichtig, auch die Heilung, weil das sind die Prozesse gerade, was die Wiedergeborenen trifft. Vergangenheit, vielleicht karmische Vergangenheit, all das, was weh tut, noch mal anschauen. Und das sind diese ganzen Heilprozesse, nicht nur heute, sondern auch in die nächste Zeit. Aber es ist nicht nur die Heilprozesse und die Heilung, was uns Wiedergeborenen gerade trifft, sondern viele Wiedergeborenen gehen in diese Berufung. Also nicht alle einzelnen Wiedergeborenen werden jetzt Heiler sein, sondern diese Energie entweckt etwas bei den Wiedergeborenen, bei vielen, wo das Entdecken, das wäre eine neue Richtung, in heilerischer Beruf oder Berufung auch aktiv sein. Das könnte auch ein Neubeginn sein. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch erwähnen, die Blitzberatungen, wie funktioniert das? Das sind E-Mails-Beratungen. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail und Sie können auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Noch im selben Tag, spätestens, bekommen Sie nächsten Tag schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.